Heute zeige ich euch, wie man glatt rechts strickt. Das heißt, man strickt eine Reihe rechts und die Rückreihe links. Die linken Maschen, die muss ich euch noch mal zeigen, bei den rechten Maschen, da wisst ihr ja schon Bescheid. Also man hebt die erste Masche auf jeden Fall aus, damit das ein schönes Randbild ergibt, kann ich euch auch mal zeigen, hier durch das Ausheben ist hier eine ganz glatte Randreihe geschaffen. So, dann steckt man, wenn man vorher linke Maschen gestrickt hat, dann liegen die Maschen anders auf der Nadel. Dann steckt man hinten ein, einstecken, umschlagen, durchziehen und wieder fallen lassen. Einstecken, umschlagen, durchziehen und fallen lassen. Das ist jetzt viel einfacher, weil durch die linken Maschen liegen die Maschen anders auf der Nadel. Also hinten einstecken, umschlagen, durchziehen und fallen lassen. Und das jetzt die ganze Reihe. So, nun dreht man das Strickstück um und genau wie eben, so man hebt die erste Masche aus, gibt den Faden nach hinten, wieder um den kleinen Finger, dann um den Zeigefinger. So, normalerweise beim Rechtsstricken muss man den Faden nach hinten geben, jetzt stricken wir aber linke Maschen. So, die liegen jetzt schön auf der Nadel, so dass man von vorne einstecken kann, den Faden holen, da helfe ich immer mit dem Daumen etwas nach und dann von der Nadel heben. Also einstecken, mit dem Daumen ein bisschen nachhelfen, durchziehen und fallen lassen. Vorne einstecken, Schlaufe holen und fallen lassen. Vorne einstecken, hier mit dem Daumen ein bisschen mithelfen, damit das schön stramm ist und dann abheben. abheben. Einstecken, Schlaufe holen, abziehen. Einstecken, Schlaufe holen, abziehen. Das bis ans Ende der Reihe. Die letzte Masche wird auch gestrickt. Dann dreht man um, hebt die Masche wieder aus, legt den Faden um den kleinen Finger, dann um den Zeigefinger und strickt wieder rechte Maschen. Rechte Maschen bis zum Schluss. So, hinten einstecken, umschlagen, durchziehen, fallen lassen, umschlagen, ein, umschlagen, durchziehen, fallen lassen, umschlagen, durchziehen, fallen lassen und so weiter. So, wenn ihr jetzt bis zum Ende strickt, wieder umdreht und dann linke Maschen, dann habt ihr auf der linken Seite habt ihr diese Wellenlinien und hier habt ihr diese Kettmaschen. Also, dieses Muster nennt man glatt rechts gestrickt, im Gegensatz zu hin und her rechts beim letzten Video. Und wenn ihr rechte und linke Maschen schon stricken könnt, übt sie fleißig. Dann könnt ihr alle möglichen Strickstücke damit stricken. Irgendwann, die Tage, zeige ich euch dann, wie man ein Dreiecktuch strickt. Kräuter